Dir war nicht viel von ihr geblieben, sie lief dir einfach so davon. Ach, hättest du sie damals nicht vertrieben und dich nicht verrannt, wär sie nicht verronnen. Wie hast du dich daraufhin geschunden? Wie hast du dich gehasst und gequält? Doch nun hast du sie wieder gefunden und erst gemerkt, sie hat dir gefehlt. Du wusstest, sie würde eines Tages kommen, die bange Frage war nur wann. Schließlich hast du sie dir einfach genommen und gesagt, du fangst nur noch mal von vorne an. Nach allem, was du mir vermittelst, gedenkst du nun, solange es geht, mit ihr zu gehen. Ich hoffe nur, dass du mit ihr Schritt hältst, denn du weißt ja, sie bleibt nie stehen. Denn auch wenn sie bleibt, geht sie und zwar zur Neige, da kommst du leider nicht drum rum. Drum rate ich dir, als sie erzeuge, geh diesmal besser mit dir um. Geh diesmal besser mit dir um. Geh diesmal besser mit dir um. Geh diesmal besser mit dir. Denn auch wenn sie bleibt, geht sie, und zwar zur Neige, da kommst du leider nicht drum rum, drum rate ich dir als ihr Zeuge, geh diesmal besser mit ihr um, denn sie ist keine, die ein zweites Mal verzeiht.